Na? Endlich wieder frei? Da fällt dir ja so richtig ein Stein vom Herz. Ich hab ihn bis hierhin rollen hören. Ist das nicht fantastisch? Wie viel Urlaub hast du schon gebucht? Und vor allen Dingen, wo geht's hin? Karibik, Amerika, Australien. Irgendeine schöne Reise, so ganz ohne Maske. Wie viele Restaurants hast du schon besucht? Mit deinen Freunden, mit deinem Schatz. Beliebige Anzahl von Leuten, ganz ohne Maske. Frei, frei. Ich freu mich so für dich. Du hast es geschafft. Du bist frei geimpft. Die doofen Verschwörungstheoretiker. Was die immer alle reden. Lasse doch labern. Will doch keiner hören. Ist doch alles nur Gelaber. Alles Schwurblerei. Dass die Fluggesellschaften in Amerika teilweise jetzt schon darüber nachdenken, ob sie Geimpfte überhaupt noch mitnehmen, wegen der Thrombosegefahr. Ist doch Quatsch. Kann doch nicht sein. Nein, du bist frei. Du kannst jetzt machen, was du willst. Konzerte, Restaurantbesuche. Es ist fantastisch. Ist dir aufgefallen, dass du eigentlich immer noch genauso unfrei bist wie vorher? Du hast keine Rechte. Du hast keine Rechte über dein Leben. Das Planen wird dir genauso schwer gemacht wie vorher. Du musst dich weiter testen lassen. Der Verschwörungstheoretiker sitzt im Restaurant weiter neben dir. Beide mit Maske. Du und er. Beide rechtlos. Beide unfrei. Der Unterschied zwischen dir und dem Verschwörungstheoretiker ist nur, dass der Verschwörungstheoretiker weiß, warum du unfrei bist. Denk mal drüber nach. Und es gibt noch einen Unterschied zwischen dir und dem Verschwörungstheoretiker. Der Verschwörungstheoretiker überlegt mittlerweile wirklich ernsthaft, ob er dauerhaft Maske trägt, wenn er neben dir sitzt. Weil man dir etwas gespritzt hat, von dem niemand weiß, wie es wirkt. Auf dich und auf andere. Du hast sicher schon gehört, dass du im Herbst wieder antreten musst zur nächsten Impfung. Denn du bist noch nicht krank genug. Du bist noch zu gesund. Es hat dich bei der ersten Spritze nicht umgehauen. Deswegen musst du im Herbst nochmal dran. Das wird jetzt so weitergehen. Eine Dauerschleife. Wer hat das gesagt? So ganz herzlich in den Nachrichten. Markus Söder betont es ja immer wieder. Es war nur der Anfang. Du musst jetzt regelmäßig geupdatet werden. Aber es ist egal. Für die Freiheit tut man ja so vieles. Weißt du, der Unterschied zwischen dir und mir, zwischen dir als freien Menschen und mir als Verschwörungstheoretiker ist, dass du noch nie wirklich frei warst und gar nicht weißt, worum es hier geht. Du hast noch nie wirklich dich frei gefühlt. Denn sonst würdest du diesen ganzen Quatsch nicht mitmachen. Ich nehme dich fest in den Arm. Du hast es so bitter nötig. Und du tust mir so leid. Hab einen schönen Tag.